Neue Jeanswurse? Ja, ich bin Adrian und ich habe neue Jeanswurse. Ich habe neue Jeanswurse. Ich habe heute eingekleidet und bin der Schlussverkauf. Ne, die habe ich schon davor gekauft. Da ist sie noch teuer. Da ist sie noch teuer, weil Adrian kann es sich leisten. Hashtag Flossen. Die Grüße geht raus, André. Und die Grüße geht raus. Ich habe neue Jeanswurse. Ich habe neue Jeanswurse. Ich habe neue Jeanswurse.